Ja, die Banane zeichnet ja Orte aus, die ich interessant finde und die Banane steht schon für eine Lebensfreude, für eine fruchtbare Kunst und in dem Fall natürlich auch für einen ganz interessanten Kunstort. Ich habe den Gasometer jetzt schon oft besucht, also vor 15 Jahren damals schon ausgezeichnet und jetzt das ist die quasi zweite Auszeichnung und so gesehen war ich schon oft hier im Gasometer und bin verbunden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017